Ich muss auch mal sagen, dass es übrigens für Abonnenten ein zwölfmal EP-Bonus gab, also dass man zwölfmal so viele EP auf Story bekommt, das heißt Story durchsuchten und man hat die Sache eigentlich auch schon. Hey Leute, was geht? Friesen der EP im Chat, herzlich willkommen zu einem neuen Video, so ein kleines SW-Tour-Update-Video. Also, ja und zwar habe ich immer dieses Problem, also ich sage euch erstmal zwei Informationen, zum einen habe ich erstmal immer dieses Problem, immer wieder, dass mein SW-Tour-Crash, also dass dann Fehler 9000 glaube ich auftretet und dann einfach mal zwischendurch ich halt vom Server gekickt werde, einfach so. Also, das war einmal im Extremfall, es ist in 10 Minuten dreimal passiert und ja, sonst passiert es auch immer wieder, heute ist es schon 8 Mal oder so passiert, also das ist schon mega nervig eigentlich, vor allem in Gesprächen immer. Äh, ja, einmal musste ich so an der Quest restarten extra, nur weil es gecrasht ist in dem Moment. Ja, finde ich nicht so gut, vielleicht habt ihr ja Tits für mich. Ja, es ist halt immer wieder gecrasht und manchmal, äh, muss ich dann den Launcher nochmal neu starten, weil die Server gar nicht mehr hier aufgelistet sind. Dann ist einfach dort nur so ein leeres Feld. Ja, ich klicke jetzt hier übrigens ein bisschen rum, damit ich nicht immer wieder gekickt werde, das nervt mich ja eigentlich auch. Äh, ja, und dann zum Zweiten, ich hab grad Star Wars The Force Unleashed Ultimate Civ Edition aufgenommen als Display, das soll vielleicht auch mal demnächst kommen, bloß war es eine kleine Failaufnahme und er hat nur meinen Desktop aufgenommen. Deswegen jetzt mal eine Frage an euch, wollt ihr es überhaupt sehen, dann lösche ich nochmal meinen Speicherstand, wenn nicht, dann zocke ich es einfach privat. Ja, mal gucken, vielleicht hab ich ja auch Bock, weil es einfach so zu displayen, ich werde es mir einfach mal überlegen, ob ich, äh, ja, das mit euch displayen werde. Ja, deswegen bringe ich jetzt erstmal nur so ein Update-Video heraus, damit ihr seht, ich bin noch da, ich bin noch aktiv und ich mach wirklich auf YouTube einiges. Äh, ja, also, vielleicht wird dann halt, oder es wird Star Wars The Force Unleashed 2 kommen, also einer der beiden Spiele wird vielleicht kommen, freut euch schon mal drauf und ja. Jetzt kommen wir zu einem eigentlichen Thema dieses Videos, so viele Themen in diesem Video, mein Gott. Ja, und zwar wollte ich euch einfach mal meine Charakter zeigen, weil ich dieses Wochenende ein bisschen gesuchtet hab, ich war mir nicht krank, von Freitag bis Dienstag und Mittwoch, Donnerstag und Freitag, von der Schule aus frei. Das heißt, eine Woche keine Schule, sogar ein bisschen mehr, am Freitag halt auch nicht. Richtig, richtig nice. Ja, also, also, nicht nice, dass ich krank war natürlich, aber richtig, richtig nice, dass ich einfach mal, so, Miniferien sind es schon sozusagen eigentlich. Weil eine Woche, ein bisschen mehr, acht, acht Tage, keine Schule, kaum schon als Miniferien bezeichne. Dort hab ich ein bisschen gesuchtet, zum einen hab ich halt diesen, den kennt ihr schon, hab ich halt nichts großartig dran gemacht, den kennt ihr, denk ich mir alle. Aber ich hab meinen Jedi auf 60 gelevelt. Er war am Freitag noch 37 oder so und hab ihn jetzt auf 60 gelevelt, also, schon richtig, richtig nice. Ja, also, das hab ich wirklich an diesem Wochenende hauptsächlich gemacht. Dann hier, den Char, hab ich, glaub ich, nicht großartig dran verändert, aber falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist jetzt level 30. Ein Sith Juggernaut, falls ihr ihn noch nicht kennt, ja, so sieht er aus. Hat so eine Adaptivfristung an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der hat übrigens hier so, äh, das Cyrest-Gel, Standard-Gel. Ja, also, die zwei sind auch recht nice. Dann hab ich den halt noch, äh, ich weiß nicht, ob ich den in dieser Woche gemacht hab oder schon ein bisschen früher, hab ich halt auf 15 standardmäßig gelevelt. Ja, was soll man machen, wenn man krank ist, außer rumliegen, aber ich denke, ihr wollt auch nicht die ganze Zeit immer rumliegen. Also hab ich ihn halt auf 15 gelevelt. Und ja, den, der hätte ich, denke ich mal, ist jetzt 21, hab ich mit meinem Kumpel noch nicht viel weiter gemacht. Ja. Aber, das Hauptteil, was ich wirklich gemacht hab, nachdem der 60 war, hab ich mir einen neuen Schal erstellt. Komplett von 1 an. Und hab ihn bis 43 gelevelt, also schon recht nice. Ja. Also, den level ich momentan auch weiter, bis das vorhin vorbei ist, und ja. So, sorry für den ganz kurzen Cut. Ihr seht, ich wurde jetzt schon wieder gekickt, das lag aber daran, glaube ich, dass ich die ganze Zeit an der Charakteristie war. Aber dass man schon so kurz gekickt wird, finde ich ein bisschen schade, da man, ja auch mal für Aufnahmen gerade, mal seinen Charakter zeigen kann. Und wenn man da ein paar mehr hat, dann muss man sich schon ein bisschen beeilen, bevor man wieder gekickt wird. Aber gut, man kommt ja ein paar Sekunden wieder rein, also ich denke, das ist nicht so schlimm. Ja, also das war's für dieses kleine Video, wollte ich euch, wie gesagt, das nur kurz zeigen. Vielleicht kommt irgendwann mal so ein, so ein kleines Random-Video auf meinem Gelehrten oder vielleicht auf noch ein paar anderen. Ja, also, Extremfall war wirklich, dass ich es von 1 bis, ach, von 37 bis 60 und von 1 bis 43 geschafft hab. Und ja, das Wochenende ist auch noch nicht vorbei, es ist gerade erst mal Samstag, wo ich das aufnehme, also schon ganz gut. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ja, ich muss noch mal sagen, dass es übrigens für Abonnenten ein 12-mal EP-Bonus gab, also dass man 12-mal so viel EP auf Story bekommt. Das heißt, Story durchsuchten und man hat die Sache eigentlich auch schon, aber trotzdem finde ich es recht nahe, dass ich das Ganze geschafft hab. Also, ja, muss man erstmal nachmachen, ich hab halt ein bisschen gesuchtet. Ja, dann bis zum nächsten Video, hoffe es hat euch gefallen und ja, war jetzt halt ein bisschen schnell geredet alles, also ich hätte das Ganze auch in einer Viertelstunde erst machen können, aber gut. Ja, bewertet das Video. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass wir doch bald wieder sein und ich hoffe, dass ich nicht immer so inaktiv bin, aber manchmal ist es halt so, dass ich entweder keine Lust oder keine Zeit oder gesundheitlich halt keine... keine Möglichkeit dazu habe, wie zum Beispiel als mein Hals im Arsch war, da hab ich halt, muss ich halt jede Minute oder jede 10 Sekunden husten und das war halt schon extrem heftig. Ja, wie gesagt, bewertet es, kommentiert, abonniert und dann sag ich schon mal, tschau, haut rein. Bis zum nächsten Mal.